Weißt du, was das geilste an dem Auto ist? Dann guck mal in den Kofferraum. Der Ford Puma ST. Das sind unsere Top-Pilots. Mit dem Puma ST stellt Ford das erste Crossover SUV in Europa vor. Oder anders gesagt, einen schönen Flitzer. Die 200 PS machen den Spurt von 0 auf 100 in nur 6,7 Sekunden möglich. Damit ist der Puma ST genauso aufregend und fahraktiv wie alle weiteren Ford ST Modelle. Der Dreizylinder erreicht seine Spitzenleistung von 200 PS bei 6000 Umdrehungen und die maximale Durchzugskraft von 320 Newtonmeter liegt bei 2500 bis 3500 Umdrehungen. Als einziges Fahrzeug in seinem Segment verfügt der Puma ST über die mechanische Differenzialsperre. Außerdem bietet euch der Puma ST vier verschiedene Fahrmodis. Von sparsam bis sportlich ist alles dabei. Wir haben den Ford Puma ST für euch in 7 verschiedenen attraktiven Außenfarben sofort verfügbar. Schwarz, Grau, Silber, Weiß, Rot und natürlich das Fancy Grün. Von außen sticht ganz besonders hervor der aerodynamische große Dachspoiler, die muskulöse Karosserie und die 19 Zoll Alufelgen. Beim Einstieg in das Fahrzeug zudem auch das ST Logo, das auf den Boden projiziert wird. Zu den absoluten Highlights im Innenraum gehört einmal die 12,3 Zoll große Instrumententafel, sowie die Recaro Sitze, optional das Panorama Schiebedach und diverse digitale Steuerungsinstrumente und auch der Touch Display. Und klar, dass ihr euer Smartphone mit dem Puma ST verbinden und eure Lieblingssongs über die B&O Lautsprecher hören könnt. Neben der ganzen Sportlichkeit überzeugt das Fahrzeug aber auch ganz besonders durch seine praktischen Features. Das Highlight ist hier ganz klar die auswaschbare Megabox. Die einen waschen hier drinnen ihren Hund, die anderen laden sich eine Kiste Bier mit Eis rein. Da ist die Party gesichert. Aber denkt bitte daran, don't drink and drive. Wenn ihr den Puma am Tag nach der Party abholt, könnt ihr das geschmolzene Eiswasser übrigens ganz easy ablaufen lassen. Als Europas größte Ford-Ausstellung haben wir neben dem Ford Puma ST immer rund 2.000 Ford Fahrzeuge sofort verfügbar. Euer aktuelles Fahrzeug könnt ihr übrigens via Online-Fernbewertung oder direkt bei uns vor Ort in Zahlung geben. Ihr habt jetzt sowas auf den Ford Puma ST bekommen? Kein Problem, wir beraten euch gerne hier vor Ort in Bad Nauheim oder online auf ford-köckler.de Wooh! 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 Die Folge über Nacht wird hier.